Helmut Theodor Schreier war ein deutscher Fernmeldefachmann, Erfinder und Professor an der Technischen Hochschule des Brasilianischen Heeres in Rio de Janeiro. Schreier zählt neben Konrad Zuse zu den bedeutendsten deutschen Erfindern in der Entwicklung der maschinellen Rechentechnik. Leben Helmut Schreier war ein Sohn des Pfarrers Paul Schreier und dessen Frau Martha, nachdem der Vater 1915 eine Pfarrstelle im nordbadischen Musbach angetreten hatte, besuchte der junge Schreier ab 1919 die Volksschule und anschließend das dortige Realgymnasium bis zum Abitur im Jahre 1933. Am 1. Mai 1933 trat Schreier in die NSDAP ein. Er arbeitete für ein Jahr als Praktikant in der Lehrwerkstatt der Berliner AEG. 1934 begann Schreier ein Studium der Elektro- und Nachrichtentechnik an der TH in Berlin Charlottenburg. In der Studentenverbindung Akademischer Verein Motiv lernte er 1937 Konrad Zuse kennen, was zum Beginn einer Jahrzehnte währenden Zusammenarbeit und einer lebenslangen Freundschaft wurde. Während er an der Z1 Mitarbeitete bestand er 1938 seine Diplomprüfung und wurde als wissenschaftlicher Assistent am Lehrstuhl für Fernsprech- und Telegraphentechnik von Prof. Wilhelm Steblein eingestellt. Außerdem arbeitete er auch an dem von Steblein geleiteten Institut für Schwingungsforschung, das eines von den etwa 30 wissenschaftlichen Instituten der Vierjahresplanbehörde gewesen war und daher Rüstungsforschung betreiben musste. Bei der Zusammenarbeit mit Zuse erkannte er frühzeitig die Möglichkeit, die von diesem verwendeten Relais-Schaltungen durch Röhrenschaltungen zu ersetzen. 1938 führte er an der TH Berlin zusammen mit Konrad Zuse eine entsprechende Versuchsschaltung vor und machte den Vorschlag, auf dieser Basis eine elektronische Rechenmaschine zu bauen. Allerdings wurde dieser Vorschlag dort als Phantasterei bezeichnet, Schreier und Zuse fanden daher kaum Unterstützung für ihr Projekt. Während des Zweiten Weltkrieges befasste Schreier sich als Assistent mit kriegswichtigen Arbeiten, darunter einem Beschleunigungsmesser für die V-2-Rakete, Detektoren für nicht explodierte Bomben und Umsetzern von Radar-Analogwerten in akustische Signale für Jagdflugzeuge. 1941 wurde er am Institut für Schwingungsforschung der TH Berlin zum Thema des Röhrenrelais und seine Schaltungstechnik promoviert. 1942 war die Arbeit an der Z3 abgeschlossen, das Versuchsmodell kann als der erste Computer der Welt bezeichnet werden. Schreier beschäftigte sich weiter mit Elektronenröhren in digitalen Rechenanlagen. Eine entsprechende Versuchsanlage ging durch Kriegseinwirkungen verloren. Er schuf dadurch jedoch Grundlagen für spätere Generationen der elektronischen Rechentechnik. 1945 floh Schreier zur Brasilianischen Botschaft in Wien und wanderte mit ihrer Hilfe nach Brasilien aus. Dort wurde er zum Leiter des Fernmeldelabors der Brasilianischen Post und zum Professor der Technischen Hochschule des Brasilianischen Heeres in Rio. De Janeiro berufen, Forschungs- und Entwicklungsbeteiligungen, Beschleunigungsmesser für die V2, Detektor für nicht explodierte Bomben, Umsetzer für Radaranalogwerte in akustische Signale für Jagdflugzeuge, Schriften, das Röhrenrelais und seine Schaltungstechnik, Technische Hochschule Berlin, Dissertation 1941 ohne Abbildungen im Konrad-Zuse Internetarchiv. Praktische Funktechnik, eine Einführung in die Grundlagen der Rundfunkschaltung nach Christus. F. Müller, Karlsruhe 1949, Envio Imediato Siacuitos di Commutasio, Officina do IME Rio de Janeiro 1966, 202 S. Die Entwicklung des Versuchsmodells einer elektronischen Rechenmaschine. Moosbach 1977, Konrad-Zuse Internetarchive Online-Datei. Patente, Patent.de 937170, Schaltungsanordnung eines elektrischen Kombinationsspeicherwerkes. Angemeldet am 11. Juni 1943, veröffentlicht am 29. Dezember 1955, Anmelder Dr. ING. Helmut Schreier, Rio de Janeiro-Roti-Uka, Erfinder, Dr. ING. Helmut Schreier, Rio de Janeiro-Roti-Uka. Punkt. Belege. A. B. C. Raul Rochas, Helmut Schreier, eine deutsche Karriere, Telepolis, 24. Januar 2010. Helmut Schreier, die Entwicklung des Versuchsmodells einer elektronischen Rechenmaschine. Moosbach 1977 S. Helmut Schreier, die Entwicklung des Versuchs problems des Vers Possessionsjus Papierens ожi laughed. Wie ist es, dass Sie sich mit der Thatgegrund beden, umgib지는 zu meinem Spreier, zu einer W supposeden. Vielen Dank.